Sascha Kalajcic, der ein Vertragsangebot vom VfB Stuttgart abgelehnt haben soll, wurde Sascha Kalajcic ein sehr gutes Angebot vorgelegt und Kalajcic lehnte das allerdings ab. Das war groß in den Medien in der vergangenen Woche. Man muss aber sagen, dieses Angebot und das Zurückweisen selbiges, das liegt schon ein paar Wochen zurück. Also es ist keine aktuelle Entwicklung, das muss man dazu sagen. Es gab ein Angebot, das gibt wahrscheinlich auch immer noch ein Angebot und das wurde, man könnte auch sagen, von Kalajcic bislang nicht angenommen. Abgelehnt klingt immer so, als ob er gesagt hat, leck mir den Arsch. Also es wurde bislang nicht angenommen. Wir haben es ja mal gesagt, soweit wir das mal mitbekommen haben, war eigentlich mal vereinbart, dass der VfB sich mit Kalajcic Ende März, Anfang April zusammensetzen möchte. Jetzt haben wir ja letzte Woche von Sven Wissentat gehört, dass man jetzt erstmal den Abstiegskampf voll in den Fokus rückt und man sich sozusagen über diese Thematiken wie zum Beispiel Vertragsverlängerungen erst nach der Saison beziehungsweise nach einem sicheren Klassenerhalt unterhalten wird. Könnte sein, dass es da ein Agreement gibt. Würde mich aber wundern, wenn man nicht hier schon zweigleisig plant und versucht, sich schon mal auf dem Markt umzuschauen, ob es da nicht Ersatz gäbe für Sascha Kalajcic. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet, dass es Interessenten für Sascha aus wirklich allen großen Ligen Europas gibt, insbesondere aus Italien. Dortmund wird ebenfalls Interesse nachgesagt. Und laut Kicker geht Wissentat inzwischen davon aus, muss man auch noch erwähnen, dass Sascha den VfB im Sommer verlassen werde. Ja, da gibt es natürlich keine Bestätigung, aber laut Kicker sei das so. Und Wissentat hofft auf eine Mindestablöse, Sebastian, von 20 Millionen Euro. Hofft und Mindestablöse in einem Satz sagt ja auch schon viel. Ja. Da gibt es ja auch wirklich unterschiedlichste Wahrnehmungen. Die einen sagen, du kriegst für den nicht mehr als 15 Millionen. Und die anderen sagen, also unter 50 kannst du den nicht gehen lassen. Ich sag mal so, wenn es wirklich 20 werden, wäre ich persönlich sehr zufrieden. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es 40 oder 30, selbst 30 glaube ich nicht. Um das nochmal aufzumachen. Nee, also ich kann glaube ich sagen, wenn die zwei vorne steht, dann wäre das glaube ich für den VfB ein gutes Geschäft. Ja, und wie gesagt, sollte Kalajdzic den VfB verlassen, will man auf der Neuen nachverpflichten. Sanko, Castanaras und Fagir reichen nicht. Ich denke mal, das ist die richtige Erkenntnis, oder? Ja, das ist die einzige Erkenntnis, die man haben kann. Weil wenn, ich meine, die drei Spieler zusammengenommen, wie viele Bundesligaminuten haben die? 60? Ich weiß nicht, wann Sanko raus musste. Ja, Sanko waren glaube ich zwei Minuten oder so, oder? Also das war nicht lang. Achso, okay, und Fagir hat wahrscheinlich zehn Minuten gespielt. Also du hast halt drei Stürmer, deren Bundesliga-Erfahrung sich auf 15 Minuten beschränkt. Ich würde sagen, nein, damit kannst du weder in die erste noch in die zweite Liga starten. Also natürlich brauchst du ein, vielleicht sogar zwei Stürmer, weiß ich nicht. Aber natürlich musst du irgendwie was anderes dann noch auf den Rasen schicken können als drei Newcomer, bei denen du halt einfach bei aller Veranlagung einfach mit Formschwankungen fest rechnen musst. Und da brauchst du eine Konstante. Und die sieht natürlich dann in der zweiten Liga nochmal anders aus als in der ersten Liga. Also da musst du ja quasi doppelt zweigleisig planen. Das ist schon schwierig. Ja, und sollte es in die zweite Liga gehen, steht auch aus meiner Sicht noch ein Fragezeichen hinter Thiago Tomas. Ich weiß, dass hier in Stuttgart der Sportdirektor sagt, dass Thiago Tomas auch einen Vertrag für die zweite Liga hat. Ich glaube, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, aus Portugal halten sich sozusagen die Gerüchte, möchte ich mal so sagen, wacker, dass es ein Vetorecht gibt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das ausläuft, ob es aussieht, ob dann Sporting sagen kann, der muss zurück. Oder ob der Spieler sagen kann, in die zweite Liga gehe ich nicht. Das weiß ich alles nicht. Aber wie gesagt, aus Portugal heißt es, sollte der VfB absteigen, muss nochmal verhandelt oder gesprochen werden. Also könnte es sein, dass du dich da auch nochmal neu aufstellen musst auf dieser Außenstürmerposition. Und bei Oma Mamouchen, da sind wir beim nächsten Thema, kann man ja jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison für den VfB weiterspielen wird. Bis zum nächsten Mal. 皮 arrived.